Kapitel 16 von Das Gemeindekind von Marie Freifrau von Ebner Eschenbach Diese LibroVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Pavel schritt langsam über den Platz, der ihm einst einen so großartigen Eindruck gemacht und für dessen Herrlichkeiten er heute keinen Blick hatte. Das Glücksgefühl über das unerwartete Wiedersehen mit Melada zitterte noch eine Weile in ihm nach, wich aber bald einer jede andere verdrängenden Empfindung qualvoller Besorgnis und füllte seine Seele mit Leid und mit Reue. Er hätte sich nicht fortweisen lassen dürfen, wäre es in feiger Schüchternheit getan. Er hätte bleiben und der Frau Oberin sagen sollen, »Mir bangt du meine Schwester. Sehen Sie nicht, dass sie sich verzerrt in Arbeit, Gebet und Buße?« Das wäre seine Pflicht gewesen, wohl auch sein Recht. Der Gedanke einmal gefasst und zugleich war er auch zum Entschluss. Pavel kehrte nach dem Kloster zurück und zog an der Glocke. Die Tür öffnete sich nicht, aber an einem in derselben angebrachten kleinen Gitter wurde ein Auge sichtbar. Die Pförtnerin fragte nach dem Begehr des Schellenden und auf Pavels Antwort kam der Bescheid, die Frau Oberin sei nicht zu sprechen. Die Klappe hinter dem Gitter schloss sich. Was tun? Pochen? Stürmen? Den Einlasser zwingen, auf die Gefahr hin, den Unwillen der frommen Frau auf sich zu laden? Und wenn dies geschah, wer würde Pavels Vergehen büßen, mehr büßen wollen als müssen? Milada. Er wusste es wohl und trat von Neuem seine Wanderung an. Am Ende der Stadt, in unmittelbarer Nähe der Brücke, stand ein Einkehrhaus und davor eine breit-ästige Linde, die ein Paar mit den dünnen Füßen in die Erde eingelassene Tische und Bänke beschattete. Pavel nahm auf einer der letzteren Platz. Er war hungrig und durstig und rief nach Bier und Brot. Aber als das Verlangte ihm gebracht ward, vergaß er zu essen und zu trinken. Im Hofe des Gasthauses ging es lebhaft zu. Ein Stellwagen war angekommen und hatte einige Reisende abgesetzt, von denen sich zwei in lebhaftem Streit mit dem Kutscher wegen des von ihm geforderten Trinkgeldes befanden. Eine alte Frau vermisste ein Bagagestück und durchstöberte zum Verdruss der anderen Fahrgäste den kleinen Berg von Wandelsäcken und Bündeln, der unter dem Türbogen zusammengetragen worden war. Diesen Vorgängen schenkte Pavel anfangs nur eine flüchtige Aufmerksamkeit, aber sie wurde sehr rege, als ihm plötzlich ein Köfferchen, ein Pelz und ein Knotenstock auffielen, die er neben dem Eckstein auf der Erde liegen sah. Das waren ja drei alte Bekannte, besonders der Stock, der hatte ihm einmal recht lustig auf dem Rücken getanzt. Ohne sich zu besinnen, rief er laut, Herr Lehrer, Herr Lehrer, sind Sie da? Sprang auf und wollte ins Haus stürzen. Der trat ihm Habrecht schon mit ausgebreiteten Armen entgegen. Alle guten Geister! Pavel, lieber Mensch! Woher? Wohin? fragte der Bursche. Wohin? Zu dir? Dich wollte ich besuchen und treffe dich auf meinem Wege. Ein glücklicher Zufall. Ein gutes Omen. Sie haben mich besuchen wollen? Das ist schön, Herr Lehrer. Schön? Ih, warum nicht gar? Aber sag mir nicht, Herr Lehrer. Ich bin kein Lehrer mehr. Das ist alles vorbei. Ich bin ein Jünger geworden und er spitze die Lippen und sog die Luft mit tiefem Behagen ein, als ob er von etwas Köstlichem spreche. Und ein neues Leben beginnt. Pavel war erstaunt. Das neue Leben, hatte er gemeint, habe längst begonnen. War nichts. Ist durchaus missraten, erwiderte Habrecht kopfschüttelnd. Sollst hören, wie? Komm ins Haus. Unter der Linde ein schöner Baum. Werde mich vielleicht sehr bald nach dem Anblick einer solchen Linde sehnen. Ist's mir zu frisch? Komm, lieber Mensch. Ich habe viel für dich auf dem Herzen und will auch viel von dir hören, ehe wir uns trennen, voraussichtlich auf Nimmerwiedersehen. Er bestellte ein Mittagessen für sich und Pavel, ließ das beste Zimmer des ersten Stockes aufsperren und erklärte sich ungemein zufrieden, als ihm eine große Stube angewiesen wurde, deren Einrichtung aus zwei schmalen Betten mit hoch aufgetürmten, rosenfarbigen Kissen aus einem mit Wachsleinwand überzogenen Tisch und aus vier Sesseln bestand. Auch die trübe Suppe und der noch trübere Wein, das ausgewässerte Rindfleisch und die halb rohen Kartoffeln, die der Wirt ihm vorsetzte, begrüßte er mit unbedingten Lobeserhebungen. Sein eigenes Nahrungsbedürfnis war nicht größer als das eines indischen Büßes, aber seinen Gast munterte er fortwährend auf, iss und trink, lass dir's schmecken, das Mahl ist gut und ich würze es dir mit nützlichen Gesprächen, mit der Quintessenz meiner Erfahrungen. Er begann zu erzählen, geriet in immer erhöhtere Stimmung, hielt es nicht lange aus auf einem Platze, sprach jetzt stehend, jetzt sitzend, jetzt im Zimmer hin und her schwirrend und stets mit eigentümlich hastigen Gebärden. Ja, das war ein Irrtum gewesen, das mit dem Glauben an die neue Lebenssonne, die ihm in dem neuen Wirkungskreise aufgehen würde. Die Gespenste der toten Vergangenheit huschten nach in die lebendige Gegenwart und richteten Verwirrung und Hade an, wo Klarheit und Frieden herrschen sollten. Zu gut hatte Habrecht es machen wollen, zu viel Eifer an den Tag gelegt, sich zu demütig um Gunst beworben, dies alles, verbunden mit seinem Fleiße, seiner strengen Pflichterfüllung und makellosen Lebensführung, erweckte Misstrauen. Der Mann muss ein schlechtes Gewissen haben, sagten die Leute. Spürst du was? fragte Habrecht. Als ich das hörte, grinste das Gespenst mich an, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Wäre ich gewesen wie einer, der nichts gut zu machen hat, hätte ich's nicht so gut machen wollen, wäre meinen geraden Weg einfach und schlicht gegangen, unbekümmert um fremde Wohlmeinung. Noch eins, sie sind dort viel rabiater tschechisch als hier, mein deutscher Name verdross sie. Sie haben bei mir deutsche Gesinnungen gesucht, bei mir, dem die Erde eine Stätte der Drangselle ist und jeder Mensch ein mehr oder minder schwer geprüfter. Ich werde einen Unterschied machen. Ich werde sagen, am Wohlergehen dessen, der Hüben am Bach zur Welt gekommen, liegt mir mehr, als am Wohlergehen dessen, der drüben geboren worden ist. Es gibt eine Nation, ja, eine, die leitet, die führt, die voranleuchtet, alle tüchtigen Menschen. Der Anzug gehören, wäre ich stolz. Was jeden anderen Nationalitäten stolz betrifft, ergriff sich an den Kopf und lachte, Narrheit, unwürdig des Jahrhunderts. Das ist mein Gefühl. Gefällt euch mein Name Habrecht nicht? sagte ich. Nennt mich Mampraff. Mir gilt das gleich. Nun, damit, dass ich bereit war, ihnen auch in der Sache nachzugeben, damit habe ich es ganz verschüttet. Jetzt war ich ein Spion, der sie kirren wollte. Gott weiß in welchem Interesse. Und jetzt trat ich auf Schlangen bei Tritt und Schritt. Zuletzt konnte ich beim Bäcker kein Stück Brot mehr bekommen für mein gutes Geld und bei der Hökerin keinen Apfel. Oh, die Menschen, die Menschen. Man muss sie lieben und will ja, aber manchmal graut einem. Es graut einem sogar sehr oft. Die Erinnerung an das jüngst Erlebte drückte ihn nieder. Er blieb eine Weile still. Bald jedoch gewann seine unverwüstliche Lebhaftigkeit die Oberhand und neuerdings ließ er den Strom seiner Rehle sprudeln und vergaß, von ihm hingerissen, auf die Begriffsfähigkeit seines Zuhörers Rücksicht zu nehmen. Braves Interesse für die Auseinandersetzungen seines alten Gönners hatte große Mühe, sich dem mangelhaften Verständnis gegenüber, das er ihnen bieten konnte, zu behaupten. Die letzte Prüfung, die Habrecht bestanden hatte, war bitter, aber kurz gewesen. Ein Freund, ein einstiger Schulkamerad, mit dem er ein steter Verbindung geblieben, erschien eines Morgens bei ihm als Erlöser aus aller Pein und Not. Zwischen den Schicksalen beider Männer bestand eine gewisse Ähnlichkeit und es war die außerordentliche Übereinstimmung ihrer Sinnesart, welche ihren Seelenbund trotz jahrelanger Trennung aufrechterhalten hatte. Sie beschlossen in der ersten Stunde des Wiedersehens, die Fortsetzung des Lebenskampfes Seite an Seite aufzunehmen. Für die Mittel, sich auf das von ihnen gewählte Schlachtfeld zu begeben, sorgte der Freund, sorgten die Freunde des Freundes. Diese lebten in Amerika in Wohlhabenheit und Ansehen und gehörten zu den eifrigsten Aposteln einer ethischen Gesellschaft, deren Zweck die Verbreitung moralischer Kultur war und die täglich an Anhang und Einfluss gewann. Bekenner einer Religion der Moral nennen sie sich, rief Habrecht. Ich nenne sie die Entzünder und Füter des heiligsten Feuers, das je auf Erden brannte und dessen Licht bestimmt ist, auf dem Antlitz der menschlichen Gemeinde den Widerschein einer edlen bis er fremden Freudigkeit wachzurufen. Ihre Botschaft ist zu mir getrunken in Gestalt eines Buches, dergleichen noch nie eines geschrieben wurde. Oh lieber Mensch, ein Wunderbuch, und hat bei mir beinahe dasjenige ausgestochen, das du einst, du Thor, ein Hexenbuch nanntest. Ich folge der Botschaft, ich gehe hinüber, etwas zu suchen, das ich verloren und ewig vermisst habe, eine Anknüpfung mit dem Jenseits. Eins von beiden brauchen wir, wir armen Erdenkinder, ein, wenn auch noch so geringes Wohlergehen oder einen Grund für unsere Leiden, sonst werden wir traurig und das ist eines Wackeren unwürdig. Hier unterbrach ein Pavel zum ersten Male. Ist Traurigkeit unwürdig? Durchaus? Traurigkeit ist Stille, ist Tod. Heiterkeit ist Regsamkeit, Bewegung, Leben. Er blieb vor dem Tische stehen, sah Pavel forschend an und sprach, sie wählte noch immer, die Heiterkeit, du bist nicht munterer geworden. Und wie geht es dir im Dorfe? Besser, erwiderte Pavel. Das lässt sich hören, seit wann denn? Seitdem ich es ihnen einmal gesagt und gezeigt habe. Gesagt? Oh, gezeigt, oh, oh, wie gezeigt? Hast sie geprügelt? Fürchterlich geprügelt. Ei, 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 Habrecht machte ein bedenkliches Gesicht und kreutze die Arme. Nun, lieber Mensch, prügelt sie nicht schlecht, aber nur für den Anfang, durchaus nur und überhaupt nie mehr als ein Palliativ. Saalbader freilich verstehen von Radikalmitteln nichts, leugnen darum auch, dass es solche gäbe. Sei kein Saalbader, schrie er den erstaunten Pavel an, dass ich nicht einmal eine ungefähre Vorstellung von dem machen konnte, was damit gemeint war. Und nun forderte Habrecht ihn aufzusprechen. Ich habe dir meine Generalbeichte abgelegt, lass mich die deine hören. Er begann ihn auszufragen, verlangte von dem Tun und Lassen seines ehemaligen Schützlings genaue Rechenschaft und erhielt sie, so rasch die Ausrufungen, Betrachtungen und guten Ratschläge, mit denen er Pavel fortwährend unterbrach, es erlaubten. Dem aber war das ganz recht, störte ihn nicht mehr als das Geräusch eines mummelnden Baches, getan hätte und gab ihm Zeit, nach jedem Satz seine Gedanken zu sammeln und einen passenden Ausdruck für sie zu suchen. Endlich hatte er doch sein fest verschlossenes, übervolles Herz in das seines wunderlichen Freundes ausgeschüttet. Sie befanden sich beide in feierlicher Stimmung. Der alte Mann legte dem Jungen die Hände aufs Haupt und sprach einen warmen Segen über ihn. Von Vernunft und Gemeinde wegen, schloss er, hätte ein schlechter Kerl aus dir werden müssen. Stattdessen bist du ein Tüchtiger geworden. Mach's sofort, schlag ihnen ein Schnippchen ums andere. Arbeite dich hinauf zum Bauer, werde ihr Bürgermeister. Pavel machte größere Augen als je in seinem Leben und sah den Lehrer mit einem zugleich stolzen und ungläubigen Lächeln an. Arbrecht nickte hastig. Ja, ja, und wenn du's bist, dann zahl ihnen mit gutem Heim, was sie Übles an dir getan haben. Der Abend brach an. Die Stunde der Abfahrt näherte sich und Arbrecht wurde von fieberhafter Unruhe ergriffen. Er forderte seine Rechnung, bezahlte, schenkte den Versicherungen des Wirtes, dass es zum Aufbruch viel zu früh sei, kein Gehör, verließ das Haus und schlug, von Pavel gefolgt, der das Kofferchen, den Pelz und den Stock trug, im Eilmarsch den Weg zum Bahnhof ein. Als er dort anlangte und fragte, ob er noch zurechtkomme zum Abendzuge nach Wien, wurde er ausgelacht, was ihn beruhigte. Ein heftiger Sturm hatte sich erhoben und schüttelte die vor dem Stationsgebäude gepflanzten Akazienbäume, dass es ein Erbarmen war. Aus den grauen, jagenden Wolken fegte kalter Strich Regen nieder. Habrecht achtete dessen nicht und setzte seinen ehrwürdigen Frack, den er auch zu dieser Reise angelegt hatte, schonungslos den Unbilden der Witterung aus. Nur seinem grauen, langhaarigen Zylinder gewährte er den Schutz eines über ihn gepreiteten und unter den schnörkelförmigen Krempen befestigten Taschentuchs und pendelte so neben Pavel auf dem Perron hin und her und sprach ohne Unterlass. Nachdem die Kasse eröffnet worden und er ein Billet gelöst hatte, kannte seine Ungeduld keine Grenzen mehr. Er zog seine Uhr, der des Bahnhofes traute er nicht, zehn Minuten noch. Möglicherweise konnte aber der Zug gerade heute um fünf Minuten früher eintreffen und da man dann in fünf Minuten scheiden musste, warum nicht lieber gleich? Er bat Pavel inständig heimzugehen, sich seinetwegen nicht länger aufzuhalten. Vorher aber zwang er ihn noch, fast mit Gewalt, seine Uhr anzunehmen. Ich brauche sie nicht mehr, mein Freund hat eine. Denk nach, wenn immer auf zwei Menschen eine Uhr käme, was wäre das für ein günstiges, statistisches Verhältnis? Leb wohl? Geh jetzt! Mit einer Hand schob er ihn fort, mit der anderen hielt er ihn zurück. Meine letzten Worte, lieber Mensch, Merk sie dir, präge sie dir in die Seele, ins Hirn. Gib Acht! Wir leben in einer vorzugsweise lehrreichen Zeit. Nie ist den Menschen deutlicher gepredigt worden. Sei selbstlos, wenn aus keinem Edleren, so doch aus Selbsterhaltungstrieb. Aber ich sehe, das ist dir wieder zu hoch. Anders also. In früheren Zeiten konnte einer ruhig vor seinem vollen Teller sitzen und sich schmecken lassen. ohne sich darum zu kümmern, dass der Teller seines Nachbars leer war. Das geht jetzt nicht mehr, außer bei den geistig völlig Blinden. Allen übrigen wird der leere Teller des Nachbars den Appetit verderben, dem Braven aus Rechtsgefühl, dem Feigen aus Angst. Darum sorge dafür, wenn du deinen Teller füllst, dass es in deiner Nachbarschaft so wenig Leere als möglich gibt. Begreifst du? Ich glaube ja. Begreifst du auch, dass du nie eines Menschen Feind sein sollst, auch dann nicht, wenn er der Deine ist? So etwas, erwiderte Pavel, hat mir schon meine Schwester gesagt. Habreich drückte seine Freude an dieser Übereinstimmung aus und fuhr fort. Ferner, verlerne das Lesen nicht. Ich habe aus meinem Vorrat von Schulbüchern, ehe ich ihn verschenkte, sechs Stück für dich beiseite gebracht. Du wirst sie durch die Post erhalten. Schlichte Büchlein, von unberühmten Männern zusammengestellt. Wenn du aber alles weißt, was in ihnen steht und alles tust, was sie dir anraten, dann weißt du viel und wirst gut fahren. Lies sie. Lies sie immer und wenn du mit dem Sechsten fertig bist, fange mit dem Ersten wieder an. Was das Allerschwierigste im Leben betrifft, die Süßeste, die Grausamste, die mächtigste und fürchterlichste aller Leidenschaften, ich mag sie gar nicht nennen. So meine ich, du wärst abgeschreckt und könntest es bleiben. Sie ist dir am Quell vergiftet worden, beim ersten Ursprung, das hilft manchmal für immer. Du hast es mit ihr so schlecht getroffen, wie dein aufrichtigster Freund, für den ich mich halte, es dir nicht besser hätte wünschen können. Auf dem Bahnhofe waren immer mehr Leute zusammengekommen. Ein erstes Glockenzeichen wurde gegeben, aus der Ferne gelte ein Pfiff. Habrecht merkte von alledem nichts, er hatte Pavla am Rock gefasst und redete hastig und heftig in ihn hinein. Nicht jeder brauchte einen Hausstand zu gründen, das ist der größte Wahn, dass man einige Kinder haben müsse. Es gibt Kinder genug auf der Welt und je besser ein Vater ist, desto weniger hat er von seinen Kindern. Wer fühlt edel und selbstlos genug, um sich zutrauen zu dürfen, er werde ein guter Vater sein. Und deinen Ruf, lieber Mensch, achte auf deinen Ruf, du weißt schon, die gewisse Tafel, die blank sein muss, die deine war sehr verkritzelt. Putze, fege, strebe vorwärts, glaube, wenn du heute nicht etwas besser bist, als du gestern warst, bist du gewiss etwas schlechter. Herr Lehrer wollte Pavlin aufmerksam machen, als er uns zum zweiten Male geläutet wurde, aber unter dem Zipfel des Taschentuches hervor, das sich aus der Hutkrempel losgemacht hatte und nun vom Winde bewegt Habrechts Gesicht umflog, sah dieser in Liebreich an und fuhr fort. Wende mir nicht ein, das sind lauter zu hohe Grundsätze für unsere einen, gehen sie damit zu denen, die ohnehin schon hoch stehen. Wir sind geringe Leute, für uns ist auch eine geringe Moral gut genug. Ich sage dir, gerade die beste ist für euch die Rechte. Ihr geringen, ihr seid die Wichtigen. Ohne eure Mitwirkung kann nichts Großes sich mehr vollziehen. Von euch geht aus, was Fluch oder Segen der Zukunft sein wird. Herr Lehrer, es ist Zeit, sagte Pavel und Habrecht versetzte. Eure Zeit, jawohl, und was ihr aus derselben macht, das wird einsteigen, rief es dicht an seinem Ohr. Und er sah sich um, sah den Zug dastehen und erschrak furchtbar. Dritte Klasse nach Wien, schrie er, rannte auf den ihm vom scharfene bezeichneten Waggon zu und er klaum ihn mit nicht gerade anmutiger, aber wunderbarer Behändigkeit. Pavel eilte ihm nach und reichte ihm seine Effekten in den überfüllten Wagen, in dem er unter vielen Entschuldigungen seinen Platz gefunden hatte. Ein neuer Pfiff, der Zug setzte sich in Bewegung, eine kleine Strecke konnte ihn Pavel in scharfem Laufe begleiten. Gott behüte sie, Herr Lehrer, schrie er. Und durch das Brausen der davonrollenden Lokomotive und aus Rauch und Dampfwolken kam die Antwort, und dich lieber Mensch, Amen, Amen, Amen. Am späten Abend, nachdem Pavel heimgekommen war, fütterte er seinen Hund, nahm eine Haue und grub dem Steine nach, den er unter die Schwelle seines Hauses versenkt hatte. Lamour saß daneben und warf aus verdrießlich zugekniffenen Augen so schäle Blicke auf die Arbeit seines Herrn, leckte sich die Nase so oft und saß so verächtlich drein, dass jener seine üble Laune bemerken musste. Ist dir es vielleicht nicht recht? fragte Pavel. Ein höhnisches Zähnefletschen war die Antwort. Pavel aber hatte den Stein ausgehoben, betrachtete ihn, wog ihn in der Hand und fand ihn kleiner und leichter, als er sich ihn vorgestellt. Da ist er, schau, nimm, sagte er und hielt dem Hunde hin, den er auf Befehl seines Herrn in die Schnauze nahm und ihm nachdrug. Am Brunnen angelangt, an dem ihre erste Begegnung stattgehabt hatte, nahm Pavel dem Hunde den Stein aus dem Maul und schleuderte ihn ins Wasser, indem er mit lautem Glucksen versank. Lamour gab durch Knorren seine Missbilligung zu erkennen. Ende von Kapitel 16 Aufgenommen von Julian Niedermeier